Ja, das Wasser, gell? Hallo! WB zum dritten Mal oder so. Ich habe dazwischen, glaube ich, in sehr sehr lange Aussätze gehabt. Aber wir sind jetzt mittlerweile wieder irgendwo im Dschungel. Und wenn ich das richtig höre, wird da so viel gegrillt. Muss ich kurz aufpassen, ob mich da wirklich wer ist. Langsam, Buddy. Langsam. Äh, früher war mal mehr Platz. Stopp! Früher war nicht, aber jetzt habe ich mich dabei. Da ist ein Menschen-Party. Wir suchen uns einen anderen Weg. So. Also doch nicht im Dschungel. Nee, da will ich jetzt auch nicht lang. Dann... Äh... Blaue Schuhe, ja. Sogar Markenschuhe ehemalig. Betonung auf ehemalig, weil ich mittlerweile sehr, sehr relativ kaputt aussehen. Weil Arbeit und so, ne? Weil gerne fast alles an Alex. Hehehe. Dass ihr so wild drauf seid. Und die Hose und Beine, wow. Was weiß ich, Dino? Es ist immer spannend, wenn Leute das nicht wollen. Stimmt. Wenn ich mich einfach euch zeigen würde, dann wäre es langweilig, ne? Warte, ich glaube, du willst ins Wasser. Das ist Wasser. Du darfst jetzt ein bisschen ins Wasser. Hehehe. Was ist denn los? Buddy. Ist das Wasser zu kalt? Langsam. Nicht zu weit. Nicht zu weit, Buddy. Hier. Wir haben vorhin schon kurz eine Pause gemacht. Da muss ich dir nochmal recht geben. Hi Max. Na? Na komm her. Komm raus. Ja. Gut, dass ich nicht in deiner Nähe stehe. Hello again. Ich bin auf der anderen Seite, Max. Ich sagte ja, heute gibt es einen Bonusfilm. Nicht, dass du krank wirst. Ich glaube, ich kriege jetzt nicht mehr aus dem Wasser raus. Kann das sein? Oder er kriegt mich ins Wasser rein. Je nachdem. Na komm. Komm her Buddy. Wie nass bist du jetzt? Sehr nass. Okay. Okay. Ja, Buddy liebt Wasser. Buddy liebt Wasser. Also, Buddy ist echt ein halber Wasserhund. Ich muss die Kamera ein bisschen runter drehen. Du musst die Kamera ein bisschen runter drehen. Und siehst du noch mehr von meinen Füßen. Guck mal meine Füße. Sitz. Na dich, Sitz. Buddy ist gut. Okay Buddy. Super. Ich habe mich ganz gesehen. Rätsel gelöst. Gut, dass die GoPro einiges ausfällt. Ha! Ist jetzt ein Seehund, oh Gott. So Buddy. Wir gehen jetzt. Wohin? Warte, wir gehen da ein bisschen nach vorne. Ich muss nur mal folgen, gell? Komm Buddy. Brav sein. Bleib auf meiner Seite. Warte. Wir gehen nach rechts. Jetzt zurück spulen, Leute. Keine Sorge, wir haben DVD übergelöscht. Alles easy. Und selbst wenn Rappi, du weißt, wie ich aussehe. Ha! Ein nebenarm der Donau. Da stehen Menschen auf der Brücke. Klippen. Leute. Ich habe auch gern lieb. Oh, da ist ein Pferd. Klippt doch das Pferd, das hat mehr Sinn. Mich will eh niemand sehen. Ja, danke Nightbot. Schön, dass du auch da bist. So. Dein Schwanz ist nass Buddy. Und ja, ich habe das gerade wirklich gesagt. Und stopp. Sitz. So gut folgt er mir. Aber er bleibt wenigstens stehen. Komm. Er bleibt wenigstens stehen. Das ist ja auch schon ein Vorteil. So. Einmal über die Brücke. Na? Buddy komm. Was ist los? Was hast du gesehen? Einmal Hand davor, einmal Sonne. Ich habe eigentlich letztens raus von einem wunderschönen guten Abend David. Na? Zu meinem Gebiet aussieht. Komm. Komm Buddy. Komm. Es ist. Hier unten ist es relativ schön. Oben in Melk. Ist sehr sehr städtisch. Und hier unten ist es einfach so gefühlt Land. Anhand des Schattens kann man alle Körper zusammenbauen. Viel Spaß Dino. Wenn du sonst keine Hobbys hast. Gehen wir schon heim. Was sagt mein Akku? 50%. Bei uns sieht es halt auch an vielen Stellen so aus. Ich habe den Clip. Toll. Ich weiß, dass da links Menschen sind. Da vorne schaut es sehr privat aus. Gehen wir mal in den privaten Bereich. Ist ja nicht so, dass ich live bin und das so und dass man das theoretisch gleich anzeigen kann, ne? Für eine 60.000 Einwohner Einstatt. Ja. Ah, da sieht es wirklich ländlich aus. Nee, warte. Komm. Gehen wir zurück. Komm. Da ist ein Gitter. Gitter wollen wir nicht. Das Gute ist, wenn wir ein bisschen nach vorne beugen, sieht man es nicht. Schauen wir da hin? Nein, guck. Warte hat entschieden, wir gehen da lang. Dann gehen wir jetzt halt kurz da lang. So, aber ich habe da vorhin Menschen gesehen. Das heißt, wir werden uns da nicht sehr lange aufhalten. Alle, hopp. Super Buddy. Ich habe übrigens vergessen, die Belohnung anzumachen, wo man Buddy ein Leckerli kriegt. Buddy? Leckerli? Bist du krank? Buddy? 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 Und ja, ich habe eine blaue Hose, eine Jeanshose, um zu genutzt sein. Buddy verweigert einfach das Leckerli. Na gut. Bleibt mehr für ihm später. Nein, ich esse kein Leckerli. Habe ich früher schon gemacht, das reicht mir. Hehehe. Buddy, komm. Komm. Ich will wissen, wie kalt das Wasser ist. Jetzt komm. Hopp. Ja, da hinten krauchen sie wieder. Drillen sie wirklich. Ich kann die Gunst sagen, wie immer das unsere Stadt und Dorf ist. Denn endlich und gefühlt kennt jeder jeden. Buddy. Okay. Hat sich gerade geklärt. Uh, wasser kalt. Ohna kalt. Buddy, hast du gerade gehört? Ich habe gesagt, ohna kalt. Buddy, komm her. Nicht so tief. Komm her. Komm her. So. Stell dir vor uns, was ist denn da? Buddy, du bist kein Tauchhund. Hehehe. Ne, komm raus. Komm wieder raus. Huch. Baum hinter mir. Na komm. Wird sich Mama freuen dann, wenn du so nass bist. Ich weiß übrigens nicht. Ich habe gerade nicht nass gemacht. Alex, absolut unschuldig. Nicht so tief, Lydia. Wow. Einfach nur wow, Leute. So. Und ich habe gelernt, wir gehen dann über das kleine Dörflein heim. Wir gehen nicht wieder durch das Funkloch. Obwohl das schöner dort wäre. So. Mein Kleiner. Ich bin jetzt keine Ahnung, wann wir losgegangen sind. Gehen wir schon heim? Gehen wir den großen Weg heim? Warte mal, lass mich kurz überlegen. Gehsteig haben wir eigentlich überall. Dann gehen wir da lang. Oder? Wie lange soll das Zoom noch gehen? Hehehe. Ich habe nämlich keine... Warte mal, da vorne geht es auch noch weiter. Warte, komm. Das ist dein Privatweg. Buddy macht wieder Dodo. 30 Minuten soll das Zoom noch gehen. Also seit der ersten Streaming, was meinste? Na gut, bei uns könnte man wahrscheinlich auch nicht streamen. Da sind überall Funklöcher. Ja. Hast du bei mir gerade gesehen? Oder auch nicht? Besser gesagt. Na gut. Äh, ja. Dann gehen wir. Nee, komm wir gehen ein bisschen abseits der Straße. Buddy komm. Wir gehen ein bisschen abseits der Straße heim. Buddy, du hast dich schon wieder den Fuß aufgehangen. Stopp! Hey! Hundi! Einen wunderschönen guten Abend TK, ne? So. Erstmal kurz Pause. Dann können wir den Buddy schnell was zum Trinken geben. Weil es nicht eiskalt ist wie das Wasser da unten. So. Jetzt sieht man meine Hände. Und den roten Rucksack, wo der Buddy seine Sachen drin hat. Mein Handy darf ich dann nachher nicht vergessen. Ja, guten Abend. Habe ich doch schon vorhin gesagt. Das ist mir das egal, ob Abend ist oder nicht. Ja, Buddy kriegt jetzt was zum Trinken. Falls Alex es aufbekommt. Buddy? Nichts trinken? Soll nur ich trinken, ja? Dann trinke ich auch mal was. Willst du wirklich nichts trinken, Buddy? Wann gibt es Gassi-Streams? Er sieht definitiv noch Sonnendränger aus, Dino. Siehst du es nicht? Hier zieht keiner die Chance, solange es noch anders ist. Wow! Dino! Aus! Buddy! Hier geblieben! Also merke, Buddy will nichts trinken. Der kann ja nicht erklären, wie das funktioniert. Max, reicht ein Hund nicht. Buddy, hier! Dann nirg ich es weg. Buddy? Gut. Du Buddy, die schaust ein bisschen nass aus. Wie kommt das denn? So. Wo ist mein Handy? Wo ist mein Chat? Da ist mein Chat. Holy Placement. Wann bist du denn einer? So einer? Das war kein Placement. Ich habe extra eigentlich geguckt, dass man es nicht in der Kamera sieht. Warte, ich kann mich gegen einen Teil lang. Ich habe versucht darauf zu achten, dass man es nicht zu sehr sieht. Hat nicht funktioniert anscheinend. Ich mache mir kurz meine Fesseln entfesseln, damit ich meinen Rucksack wieder umbinden kann. Meinen knallroten Rucksack. Dann lege ich mir meine Fesseln wieder an. Und wir gehen weiter. Nein, wir gehen nicht nochmal zum Wasser. Ich bin zu sehr Influencer beschädigt. Ich bin zu sehr Influencer beschädigt. Ich kenne das sofort. Also. Ich kriege kein Geld dafür, weil Holy ist halt eine geile Marke. Okay? Warum sollte man nicht Wärmung machen? Warum sollte man nicht Wärmung machen für etwas was geil ist? Auch wenn man kein Geld dafür bekommt. Aber das Wasser ist heute sehr sehr grünlich. Irgendwie. Da sind sogar Menschen noch am Schwimmen gehen. Würde ich bei dem kalten Wasser jetzt noch nicht empfehlen. Aber gut. Hast du eine ältere Schutzfolie oder musst du die mal wieder sehen machen? Hä? Achso. Du meinst vom Handy? Mein Handy ist ein bisschen zerkratzt, aber das ist nur eine Schutzfolie. Also eine alte Schutzfolie. Aber ich dachte mir, solange ich sie noch bedienen kann, lasse ich die Schutzfolie einfach drauf. Nachdem ich jetzt knapp 400 Euro für den GoPro ausgegeben habe, glaube ich brauche jetzt kein Geld mehr ausgeben. Diesen Monat. Darum gibt es aktuell auch kein Last-Up. Buddy, nein? Nein. Super. Fein. Buddy. Leckerli. Hast du das Wasser schon gemessen? Nein, habe ich noch nicht. Ich spiele aber noch nicht Terranil, dass ich das neu machen muss. Buddy. Buddy. Hey. Buddy. Habe ich schon mal gesagt, dass der Hund voll auf mich hört? Jaha. Jetzt fließt er doch das Leckerli. Buddy. Was ist denn los? Ja, die geht schon. Dachte ich mir. Wäre jetzt komisch, wenn du kein Leckerli möchtest. Wäre sehr untypisch. Spedition hat Betriebsführer. Sagst du? Ja, für exakt eine Woche. Da finden wir momentan alles andere interessanter. Der hat nur aufs Wort. Nur ein Legos Erster. Darum sage ich es ja auch fünfmal. Jetzt gehe ich live-streamend durch ein kleines Dorf. Mit den Menschen müssen sich auch denken, was mit mir falsch ist. Und vor allem auch, warum ich Hochdeutsch spreche. Halbwegs Hochdeutsch. Okay. Danke, das sind Pferde. Wollt ihr Pferde sehen? Keiner lässt den Leckerli so liegen. Doch, doch. Wenn alles andere interessanter ist, lässt er alles liegen. Da kannst du springen wie im Dreieck. Ist ihm das egal. Also Ticke, unser Hund wurde damals bei Sonnenleck Wetter auch keiner unterwegs. Wieso denn das? Ups. Party? Ich habe einfach über einen Hund gestolpert. Alles gut. Okay, Party. Hey, ich rede 19% Hochdeutsch und 1% Platz. Ja, manchmal fühle ich mich auch platt, vor allem aus einer Schicht wie heute. Ey, ich habe es vorhin beim... Oh, Traktor. Bleibt da, Party. Ich habe es vorhin schon erwähnt gehabt. Moment, ich bin mal kurz still. Man hört mich gleich sowieso nicht mehr. Weil Traktor. Bis gleich. Auto warten wir auch noch ab. Ein Hundi, einen wunderschönen guten Abend Goldi. Und ja, es ist immer noch Abend für mich. Ich war heute schon arbeiten. Und wenn ich von der Arbeit heimkomme, ist es Abend. So funktioniert das bei uns. Ja, ich weiß. Österreich, seltsame Regel, ne? Hehehe. So, Party. Gehen wir weiter. Nein, nicht da rein. Ein Fischi? Nein, Party. Party, nein. Party, gehen. Rotes Party, grünes Party. Komm. Komm. Gott, warum sind so viele Menschen bei uns da? Warum habe ich so viele Chatnachrichten? Danke, Tino. Was auch immer. Ich habe keine Ahnung, was du gemacht hast, aber kein Danke. Oder so. Übrigens, falls ich an der Annahme war, dass hier ein Gehsteck ist, lag ich falsch. Komm. Komm, Party. Komm. So viele Menschen, die das Wetter nutzen, als schönes Mal. Ganz schlimm. Hausarbeit, oder besser gesagt, Gartenarbeit. So. Dann gehen wir jetzt nach Hause. Komm. Bis zur Polizei dürften wir uns noch begleiten. Dann schalte ich euch ab. Ganz frech, wie ich bin. Aber ihr hattet jetzt mal einen ersten Einblick. Warte, hier. Hier. Das ist aufgeklang. Nicht gesund. Aber okay. Da ist ein Paket. Da könnte man jetzt rüber gehen. Wollen wir den Zoom ein bisschen verlängern? Komm, wir wollen den Zoom verlängern. Eventuell haben wir halt auch noch gemäht, aber hey. Ja gut, aber gemähen ist halt was anderes als... Ach komm. Wir gehen durchs kleine Dorf. Machen wir ein bisschen Umweg. Obwohl, wir haben da kein Gehsteig. Nee, komm, Party. Wir gehen wieder zurück. Wir haben da hinten kein Gehsteig. Wir bleiben da, wo der Gehsteig noch nicht vorhanden ist, aber dazu kommt. Wir haben nämlich dann nach auf der Bundesstraße keinen Gehsteig übrig. Hat mir gerade eingefallen. Und hier kommt schon kein Auto runter. Bestimmt nicht. Gar kein Auto. Nee, nee. Autos gibt es hier gar nicht. Welche Autos? Oh Gott, das gibt es Menschen aufgerüsten. Und hier unten. Drüben verlängert sich auch noch zwei, drei. Guckt. Danke, Dino. Ich finde es schön, dass meine Motten so hilfreich mir gegenüber sind. Aber hey, immerhin habe ich hier unten relativ viel Empfang. Das ist schön zu wissen. Also zur Biloche kann ich alles runtergehen, Party. Im Feldweg da drüben gibt es nichts mehr. Das klappt nicht. Aber alles andere. Was klappt? Komm, Party. Alles gut. Nicht erschrecken. Alles gut, Kleiner. Alles gut, Kleiner. Ja, Dino. Komm mit. Es ist aber ein Unterschied, ob hier eine verkehrsberuhigte Straße ist oder nicht. Wenn hier eine verkehrsberuhigte Straße ist, brauchst du auch keinen Gehsteig. Auf der Bundesstraße ohne Gehsteig mache ich mir mehr Sorgen. Vor allem mit dem da vor mir. Nee, Party. Mein Lieblings. Wuff. Komm, Wuff. Außer genau genommen. Warte mal. Warte, komm doch mal zurück. Gerade habe ich mir ein Fragezeichen drauf gemalt. Auch hübsch. Einfach. Ich weiß nicht, sieht man das auf der Kamera? Einfach ein Fragezeichenblock aus Mario. Schön. Ich kann übrigens mal die Zeit aktuell nutzen. Wir spielen morgen Tabletop. Ab ca. 16 Uhr gibt es die Never Ending Challenge Tabletop Sim. Wo wir so lange spielen, wie der Time läuft. Die ich heute noch vorbereiten sollte. Ich muss noch ein paar Spiele raussuchen, ein paar Anleitungen, blablablabla. Ich habe die noch ein mieser Chat aktiv gesehen. Alex soll das öfter mal Ballsfilms machen. Ich habe die noch ein mieser Aktiv im Chat gesehen. Hey, es ist auch. Rapi ist auch sehr aktiv und du auch, Max. Obwohl, Max, du bist auch keine Aktiv. Das muss man dir lassen. Das muss man dir lassen. Das stimmt schon, dass du aktiv bist. Hat dir auch gepasst mit dem Fragezeichen. Und es passt auch mit der Farbe. Nein. Keine Geheimwege gehen. Übrigens, jetzt ist es theoretisch komplett egal, ob ich meine Adresse liege oder nicht. Weil ich habe halt sowieso umziehen und wir haben anscheinend schon nächsten Freitag unseren Schlüssel für unser neues Haus. Dann gibt es vielleicht, fangen da noch ein paar Streams aus. Das kann ich noch nicht sagen. Und ja. Ich habe dich noch nie so brav gesehen, Buddy. Bei den Autos bist du jetzt echt brav. What the heck. Komm. Wir gehen wieder auf die Straße. Die Straße. Aber das ist noch die rechte Seite. In der Reihe rechts fängt dann auch der nächste Gehsteiger an. So. Erstmal wieder Chat achten. Alex sieht um. Ja. Habe ich dir noch nicht erzählt, dass ich hier umsehe. Dann weiß ich aber nicht mehr wo du wohnst. Dann wisst ihr alle nicht mehr wo ich wohne. Mischmoppen. Aber wenn sie Hilfe brauchen, sollten sie Mods zu den Streamern halten. Nicht umgekehrt. Okay. Dann sagen wir so. Helfen die Mods wenigstens dem Herrn Buddy. Der ist angekommen. Der muss sich benehmen. Man weiß nie wie man nie meinem Scout zusieht. Wow. Für was denn? Also. Nicht dass Buddy jetzt keine Talente hat. Buddy hat jetzt das beste Talent. Nämlich flauschig zu sein. Aber. Gut. Daheim in der Wohnung ist er auch der Bravste. So ist es jetzt nicht. Nur draußen ist ja teilweise ein bisschen schlimm. Darum habe ich ihn übrigens auch immer so kurz gehalten. Gerade neben der Straße. Weil ich mir nicht hundertprozentig sicher bin. Aber auch brav ist und bleibt. So. Jetzt sind wir gleich an der Kreuzung. Die große große Kreuzung. Komm Buddy. Komm. Muss ich das wahrscheinlich die Tage nochmal machen. Wenn das Wetter so schön ist. Dann bleiben wir bei der Pila unten dann. Bei der Donau. Buddy. Willst du das nochmal machen? Okay. Buddy gibt keine Antwort. Dann muss ich euch eine Antwort erbieten. Nassen Flasch. Du hast mir Eigenschaften gegeben. Die nicht Potenzial miteinander vertragen. Einen wunderschönen guten Abend Max. Bis später oder so. Ciao, ciao. Hallo. Dann finden wir doch alles interessant. Ja. Rappi muss dazu sagen. Er geht auch hier das erste Mal lang. Das kann ich dann schon verstehen. Ich gucke mich auch ständig um und gucke nicht da an auf den Chat. Weil ich da eigentlich da unten so selten bin wie ihr bei mir. Der ist mit den Begrüßungen unterwegs und mit den Verabschiedungen unterwegs muss ich noch lernen. Daheim vom PC ist das einfacher. Mit Begrüßungen und Verabschiedungen. Aber es sind die zweitwichtigsten gerade nach Buddy. Die da hinten? Die da? Oder welche? Das ist Straßenverengung. Das heißt, dass die Straße enger wird. Komm Buddy. Jetzt gehen wir wieder hoch. Hahaha. Ja. Weil, wie gesagt, da unten ist ein Dörflein. Und wenn das Dörflein breite Straßen hat, wäre es kein Dörflein mehr. Vielleicht, wenn ihr mich überredet, kann ich dann am Abend zeigen, wo wir jetzt entlang gelaufen sind auf Google Maps. Den kann ich euch mal zeigen. Achso. Nichts Spannendes. Da ist der Hagebaumarkt. Unser Bau- und Gartenmarktkonkurrent. Da gibt es dafür bestimmt 10 verschiedene Schilder. MINDESTEN. MINDESTENS DINO. MINDESTENS. MINDESTENS. MINDESTENS DINO. MINDESTENS DINO. MINDESTENS DINO. wieder an der hauptsache sind, es wird wieder lauter, aber der akku hält für die cam nicht lange, ich bin jetzt bei 46% akku von der gopro, die war am anfang voll geladen aber die ist generell süß, das ganze ein süßer hund hey die kreuzung kenne ich, ja rappi du warst auch schon mal bei mir mein lieber herr, du wirst gleich die nächste kreuzung kennen, obwohl die nächste genau genommen kennst du noch nie nicht, weil die sind jetzt neu, aber die drauf folgender einmal gut Gasse gehen eine ausgiebige runde Gasse gehen mit Buddy, weil natürlich jeder auf der welt Buddy kennt weil das wichtig ist, dass man Buddy kennt, weil es Buddy ist jetzt habe ich fünfmal Buddy gesagt und man hat nicht auf den Namen reingeht so liebe Leute, ich muss mich glaube ich langsam von euch verabschieden da vorne ist das erste gebäude rechts die polizei und da sage ich tschüss über uns ist noch eine schnellstraße, die sieht man nur nicht und ich bin dann heute abend wieder für euch online heute abend gibt es dann heute abend gibt es dann ein spiel im stream, okay Buddy ist der Buddy für jeden ja darum haben wir ihn noch Buddy genannt, weil er für alles und jeden Kumpel ist falls ihr wünscht habt, was wir heute spielen, könnt ihr das gerne in den disco dran schreiben und ja so jetzt ist halb vier ich glaube ich kann bald heim gehen ich komme bald glaube ich heim und kann dann gleich den stream starten und so weiter geht bye bye ihr beiden, ihr alle vielleicht bis später, bye bye Buddy, bye bye Alex, bye bye Dino, bye bye Goldie bye bye Raptorchen und bye bye alle ich muss noch kurz die App aufmachen, die richtige und stream beenden